Guten Tag, ich bin Hubert Kippel und sitze hier beim AMA Verlag und streichle gerade den Jonas. Der Jonas ist ein toller Hund, hat aber eigentlich an meinem Technikbuch nicht mitgeschrieben. Ich möchte ein paar Worte zu meinem Technikbuch sagen. Ja, natürlich empfehle ich es, was soll ich anderes machen. Es ist wirklich umfassend, super umfassend, sodass ich gedacht habe, das könnte ich nie vollenden. Aber es ist vollendet, Jonas. Das Buch umfasst drei Teile. Der erste Teil sind die Voraussetzungen und Grundlagen. Das heißt, es geht um Haltung, aber wirklich ausführlich, Haltung der Hände, Haltung des Instruments. Es geht auch ums Üben. Der zweite Teil, der größte Teil, sind Technikübungen. Und am Ende des Buches gibt es Technikübepläne. Da gibt es ein Übeplan kurz, ein Übeplan kompakt und ein Übeplan intensiv. Und dann habe ich das sogar noch in Minuten angegeben. Natürlich kann man diese Minuten nicht immer einhalten, aber man kann es zumindest versuchen. Es soll ja auch nur eine Anleitung sein. Also, wer mit dem Buch arbeiten will, sollte sich unbedingt zuerst diese Technikübepläne ansehen. Und am Ende gibt es sogar noch ein Tippverzeichnis, wo die intensivsten oder sagen wir die effektivsten Übungen aufgezeigt sind. Und ja, das ist das.